Ich schnapp den, ich schnapp den Korken sofort. Ja, musst du noch fli- Du wolltest ihn noch hochfliegen lassen. Das hat nicht geklappt. Aua! So sieht man aus, wenn man die Schminke von gestern noch drauf hatte und dann in den Pool gesprungen ist. Aber egal. Ich stehe wie bei gerade in der Küche und habe was gekocht. Es gibt Spaghetti mit Tomatensauce. Wir haben nämlich heute noch nicht wirklich irgendwas gegessen und haben alle mega Hunger. Die Emmy hat mich fleißig hier unterstützt. Ich wackele die ganze Zeit hier im Kinderwagen hin und her. Die will nämlich immer alles mitbekommen. Ja. Okay. Okay? Go. Juhu! Zwei!